Wow. Lass das besser los, du fette Kuh. Das ist das S. Da brauchst du dich gar nicht erst rein zu quetschen. Und in deiner Preisklasse, wie ich sehe, ist das leider auch nicht. Versuch's doch mal in den Laden für schwangere Frauen, hm? Ja, ciao, ich späte. Äh, alles gut? Pass doch besser auf. Tut mir leid. Alles gut. Die Jacke ist von Prada. Wow. Achso. Hier deine Bücher. Danke. Ja, kleiner Bitch. Verpasst du dich mal vor meinem Beut, du dummes Stück Scheiß.